Okay, das weiß ich noch nicht, was das bringt. Tiers up, Knockbacks. Alter, das ist ja richtig geil. Und, äh, abgesehen davon mache ich gerade irgendwie fetten Damage. Aber warum mache ich so krassen Damage? Okay, jetzt nicht mehr. Ich hatte eben gerade. Richtig fette Tränen im letzten Raum. In diesem Raum habe ich sie jetzt nicht mehr. Keine Ahnung, was das soll. Was soll denn das Scheiße? Irgendwo ist noch ein Gegner. Nur nochmal den Token-Typ. Nein, den nehme ich erst, sobald ich das Spiel kann. Ich weiß, der ist ziemlich stark und deswegen will ich es damit nicht... Äh, obwohl ich wollte einen Run gewinnen. Hätte ich den vielleicht nehmen sollen. Nein, ich Idiot. Nein, ich Idiot. Egal. Schade. Seine Körperteile kann ich nicht rausboxen. Das wäre eigentlich ziemlich mächtig. Okay, weg. Danke. Ich mache deine Kacke kaputt. Okay, vielleicht mache ich lieber dich kaputt, weil sonst machst du mich noch kaputt, einfach so. Yeah, Damage Up. Nice. Da unten sind noch drei Räume. Dann hole ich mir jetzt erst mal die drei Räume hier. Jetzt habe ich schon wieder so eine richtig fetten Tränen. Was ist denn das? Was soll denn das? Wieso habe ich die denn nicht immer? Piskus macht die Tiers größer. Was ist denn Piskus? Ich habe keinen Piskus. Ich habe nur das eine Ding und das andere. Keine Ahnung, Mann. Nein, ich Idiot. Da hinten ist noch ein Raum. War übrigens geplant, den Stein hier mitklatzen zu lassen. Es war allerdings nicht geplant, dass ich auch auf die Fresse kriege. Hm. Das blaue Haar ist Piskus. Okay. Ich spreche das mit Sicherheit. Was habe ich denn jetzt eigentlich für eine coole Frisur? Ah, die finde ich scheiße. So. Oh, nee. Gehen wir mal zum Friseur, Alter. Also an seiner Stelle will ich mir echt eine Glatze machen lassen. Wie ich so beschissene Haare hätte. Hm. Ey, guck dir die Matte an. Das ist ja krass. Das ist einfach nur krass. Basement 2. Oh, nee. Ist das OP jetzt schon wieder. Wenn ich jetzt nochmal diesen komischen Double Shot von vorhin kriege, ist er Run gewonnen. Ich kann jetzt meinen Penis ausfahren. Okay, was bringt das Ding? Keine Ahnung. Habe ich jetzt einen Stand da bekommen? Oder was ist jetzt passiert? Jetzt. Nein. Du Hure. Du Hure. Flush verwandelt Gegner in... Scheiße. Hallo, Jana the Streamguckerin. Willkommen. Der Name ist geil. Ey, den Namen finde ich wirklich genial. The Streamguckerin. Abgesehen davon, dass ich den Namen Jana allgemein mag. Aber darum geht's grad nicht. Ey. Nein. 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 Pfuh. Ah. Ey, habe ich gerade eins von diesen Dingern kaputt gemacht? Keine Ahnung. Scheißegal. Pff. Oh Gott. Jetzt ist es total verrückt. Ah. Nein. Scheiße. Jetzt habe ich wieder auf den Stream geguckt und mich von so einem Scheißding treffen lassen. Ah, dann sagst's. Ich warne dich vor, du darfst dir keine Plays oder sowas erwarten. Ich lache mich an der Hunde einfach nur über das Spiel kaputt. Und spiele es nebenbei ein paar Mal durch oder sterbe ein paar Mal. Was auch immer. Eins von beiden ist immer safe. Ja, Mensch. Entweder stirbst du oder spielst du es durch. Ja. Ja. Mist, ich habe mein Item nicht ab. Sonst könnte ich den Scheiße verwandeln. Oh. Ich muss andauernd wusten, ey. So eine Scheiße. Yeah. HP up. Bam. Und. äh. Bam. Und was gibt's hier? Bam. Oh, cool. Da liegt eine Box. Ich will die Box haben. Oh, es hat sich ja gelohnt. Das ist... Toll, jetzt habe ich hier einen toten Fisch. Ah, nee. Warte mal. Der Fisch von vorhin, der war auch tot. Du siehst meinen Namen vielleicht nicht an, aber ich schaue gerne Streams. Und scheint sehr lustig zu sein. Ja, vor allem, weil ich beim Lesen immer sterbe. Das ist so meine größte Kunst. Brauche ich überhaupt noch irgendwas hier? Natürlich nicht. Aber. Da hätte es mal eine Runde sterben gehen. Ey, toll. Das macht Spaß. Egal, ein halbes Jahr. Jetzt habe ich schon mal wieder davon, von dem Scheiß. Aber jetzt mal im Ernst. Wer hätte es gedacht? Jana, die Streamguckerin, sieht sich gerne Streams an. Wahnsinn. Ich wäre nie draufgekommen. Hui. Nein. Warum renne ich da rein, ey? Alter. Oh, ich habe Gold. Golden Touch. Quatsch. Okay. Wow. Das ist mit Abstand der schwulste Isaac-Charakter, den ich jemals hatte. Optisch. Ich hatte noch nie einen Charakter in Isaac, der wirklich so schwul ausgesehen hat. Aber, naja. Soll es. Okay, von der Seite. Das toppt echt alles. Wow. Und ich spiele nie wieder, ey. Du bist Mongo wie dein Fischfreund. Ja, das Schlimmste ist nur dann, wenn selbst das Spiel dich Mongo nennt. Das hatte ich ja vorhin auch schon mal irgendwie einmal. Ich weiß nicht mehr, warum da auf einmal Mongo stand, aber da stand auf einmal Mongo. Aber. Okay, gut. Bei dem Stream bleibe ich. Du bist sympathisch. Yeah. Da muss ich gleich wieder mal meinen Penis ausfangen. Piu. Tatsache. Krass, ich habe meine Gegner Kacke verwendet, indem ich meinen Penis ausgefahren habe. Yeah. Cool. Hm. Im Vergleich zu meinem Penis seit der Ende nur Kacke. Plopp. Oh, das Item ist super. Das finde ich echt toll. Es ist einfach nur richtig dumm, das Spiel. Es passiert einfach nur Scheiße. Und wenn keine Scheiße passiert, dann verwandelst du die aktuelle Situation halt einfach in Scheiße. Oh, ist das krass, das Spiel. Golden Touch macht das Gegner, wenn sie dich berühren, gestunt werden. Wenn du sie dann killst, droppen sie... Als ob mich Gegner berühren könnten. Also bitte, ich bin Pro, ja? Das ist sehr lächerlich. Als ob ich jemals... Ups, getroffen werden... Ups, werden würde. Scheiße. Das lief nicht ganz so wie geplant, der Raum. Habe ich mir etwas anders vorgestellt. Aber... Naja. Was soll's? Noch was passiert? Lalalalalalalala... Bam, ba-da-bam, bam, bam, bam. Nein. Scheiße. Oho. Goldene Kacke. Ach, fuhr. Jetzt liegt da endlos viel Geld rum und ich komm nicht dran. So ein Scheiß, ey. Wow. Wow. Hey, ich wurde nicht getroffen. Geil. Ich komm mal auf die Idee, dass man Gegner an Scheiße verwandeln kann. Jetzt aber ohne Scheiß. Was ist mit den Entwicklern falsch gelaufen? Wow. Hier geht richtig krasse Action. Krass, Mann. Oh, das Ding hat einen Meteoriten, äh, Quatsch, einen Planeten auf dem Kopf. Stimmt, es waren Planeten, keine Meteoriten. Oh, das war aber auch ein Scheiß mit dem Item vorhin. Aber ich glaube, den Runner hatte ich gewonnen, oder? Wieso gewinne ich eigentlich mal nur die Runs, wo ich den größten Scheiß überhaupt bekomme? Und die Runs, wo ich wirklich gute Items bekomme, verkacke ich immer. Ich verstehe das nicht. Ah, das Spiel ist scheiße. Nein, ich habe meinen Penis ausgefahren. Völlig unnötigerweise. Und... Follow. Mmh, yeah. Oh, nö, nicht du schon wieder. Der Typ ist voll krass, ohne Witz. Gut, dass ich Damage schaue wie Scheiße. Ich, ich meine... Hätte ich nicht aus, dass ich mein Item benutzt, hätte ich ihn in Scheiße verwandeln können, aber... Nein! Ich Idiot! Nein! Ich Idiot! Ah! Pfff! Der kotzt einfach irgendwelche halben Menschen aus! Dieser Freak! Pfuh! Oh Gott, jetzt muss ich mich konzentrieren. Oh, ich bin tot. Jetzt brauche ich mich nicht mehr konzentrieren. Schön! Oh, warte! Ach so! Ich lebe dann... Ach, so funktioniert der. Ah! Der funktioniert ganz anders als erwartet. Nein! Scheiße! Aber ich habe ihn geschafft! Wieso stirbt dieser Typ immer, wenn er mich tötet? So eine Scheiße! Der Typ hat mich schon zweimal getötet. Und beide Male ist er dabei gestorben. Dieser Scheiß-Megaman, ey! Dann kann er da keine Boss in Scheiße verwandeln. Gegner mal in den normalen Gegner. Alles schon versucht. Ja. Habe ich ihm gesagt, er blickt das nur nicht. Ähm. Achso. Jo. Äh, war mir eigentlich bewusst, dass das nicht funktionieren würde, aber... Ey, warte mal! Das mit dem zweiten Leben, das funktioniert, das ist erwartet. Das finde ich scheiße. Ich will irgendwie, na, das ist irgendwie random. Samson! Samson! Okay, der haben wir für nichts noch nicht gespielt. Sammyong! Game08y! Basement! Oh! Der Gegner spawnt adds! Dadurch mache ich mehr Schaden pro-add oder so. Oh ja... Puh! Das war unerwartet! Warum macht er sowas? Lalalalalalalala, ich töte alles, sobald ich es treffe, so, in den nächsten Raum, oh fuck. Ich muss aufhören, so viel zu sabbern, hä, was, äh, nicht, ich meinte, ich muss aufhören, mich so viel zu verschlucken, aber, okay, im Prinzip...